So, auch weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. Wir haben wieder Fähigkeitspunkte geholt. In der letzten Folge haben wir unseren Freund Henry geholt oder gerettet, wie auch immer, und einen Typ namens Bita Nidem ausgeschaltet. Ja, machen. Wie lange haben wir denn überhaupt? Insgesamt schon sieben haben wir jetzt noch. Wir brauchen noch zwölf. Also sprich fünf noch. Und dann nehmen wir halt mal kurz das Chamäleon. Dann machen wir uns quasi mal unsichtbar. So, ich gucke mal gerade, was Jacob macht. Weil den wissen wir ja auch noch Level. Der hat jetzt auch schon wieder sieben. Gut, und der Plünderer? So, die Hinrichtung 2 nehmen wir mit. So, okay. Dann haben wir das auch. Dann gehe ich rüber zu Evie wieder. Und wir gucken mal, was als nächstes da ansteht. Als nächster Haupt- und wahrscheinlich Hauptmission. Ich denke mal, dass wir jetzt momentan nur Hauptmissionchen machen. Da ist das Zugversteck. Haben wir noch irgendwas offen? Jetzt gab es der Karte. Hier oben ist noch was. Die Ehrenrettung der Bank. Das machen wir heute. Das machen wir heute, meine Freunde. Ja, wie gesagt, zwischendurch machen wir mal ein bisschen Hauptmissionen. Dann machen wir mal wieder ein bisschen Nebenmissionen. Dann machen wir das Gebiet ja auch machen müssen. Ich will aber jetzt mal Level 8 werden. Dass wir das nächste starke, nächste Gebiet holen müssen, holen können. Also immer umso höher, umso besser. Wie gesagt, Level 7 sind wir auf dem Weg, noch Level 8. Wir haben uns, uns fehlen jetzt, glaube ich, noch 4 Fähigkeitspunkte. Dann könnte man nämlich wieder leveln. Und dann wären wir nämlich auch schon Level 8. So, ich gucke mal gerade, da hinten ist das Haus. Die Hauptmissionen, nein, das ist nicht die. 2.200 Meter ist schon ziemlich fährt. Nein, nein, das ist die hier. Gut, dann haben wir auf jeden Fall noch was für die nächste Folge. Ich gucke gerade da hinten, da unten ist sie. Dann gehen wir mal da rüber. Aha, ich hatte mal Zelf, hätte ich wieder geleert. Upsi, ich bin ein bisschen weit. So, einmal da runter. So, die Polizei lassen wir jetzt gerade mal ein bisschen in Ruhe. Aber wir machen nämlich weiter mit der nächsten Mission. Und zwar, wie gesagt, die Ehrennettung der Bank. Das ist, so heißt die nächste Mission. So. Was ist passiert? Ihr Bruder. Was hat er diesmal getan? Die Zeitungen schreiben nur noch über Two Pennys Ermordung. Und, als wäre das nicht genug, hat jemand die offiziellen Druckplatten gestohlen. War das auch Jacobs Verdienst? Ich bezweifle es. Jetzt traut niemand mehr der Bank oder Englands Währung. Es gibt eine Inflation. Aufstände. Die Produktion verlagert sich in das Billiglohnland Amerika. Kurz gesagt, Britannien ist am Ende. Scheiße. Bist du wirklich ins Westen, erst geteilt? Was wäre, wenn ich die Druckplatten wieder in die Bank schmugle? Ja. Das würde helfen. Besser noch, als widerspräche den ganzen Geschichten über Two Pennys Ermordung. Und könnte das Vertrauen in die Wirtschaft wiederherstellen. Also abgemacht. Heute geht Britannien nicht unter. Oh, falls es keine Umstände macht. Könnten Sie noch alles Falschgeld vernichten, das Sie bemerken, damit es nicht zirkuliert? Zu dem Ball. Natürlich. Wir haben hier sonst nichts zu tun. Nein, alles gut. Das kriegen wir schon irgendwie. Ich war mal kurz hier ein bisschen auf. Ich räume mal gerade ein bisschen auf. Ich habe es ja bereits gesagt. Wenn die Leute der Währung nicht mehr trauen, es kommt ja bereits zu Aufständen. So, jetzt fahren wir mal auffällig. Ich bin nicht unauffällig. Wie auch immer. Hier ist es lokalisiert. Und dann gehen wir mal hoch wieder, ne? Ach, dieses Dreck. Ja, das war doch jetzt. Lass mich raten. Ich muss jetzt nochmal nochmal alles wieder neu laden. Na, ist gut. Ist halt so. So. dann verfolgen wir den hansel mal wo ich dafür dass ich nicht zu nahen zieren gehen ich bin unsichtbar hast du von den aufständen bei der bank gehört die können toben wie sie wollen wir geben die druckplatten nicht zurück im gebiet war schon mal gar nicht für einen unterschied ist ja nicht so als hätte er echtes geld bei sich seit wir die echten druckplatten haben ist es echtes geld ich kann natürlich jetzt nicht an den typen angehen weil klar der fallschmützer da noch ein bisschen im weg steht jetzt kann ich mir den ich hoffe dass ich jetzt ein kumpel da holen kann jetzt kann ich dich holen natürlich ich wollte da ich da hoch und nicht da irgendwo noch an so dauert es dann kein moment auch ich will auf dem weg zum wagen nicht überfallen man gibt ja mir auch von nüsse gerade der typ Ich gehe nämlich gerade an diesen komischen, wie heißt der, äh, Deste, Deste, Desto, der komische Typ da, der, den, den ich ewig nicht, ich durfte keinen Polizisten, ich habe mich, habe sie, glaube ich, alle niedergeschlagen. Ah, Mann. Weg. Ihr zwei, folgt mir. Ich will auf dem Weg zum Wagen nicht überfallen. Die Falschmünzer. Hast du von deinen Aufständen bei der Bank gehört? Die können toben, wie sie wollen. Wir geben die Druckplatten nicht zurück. Was macht das für einen Unterschied? Ist ja nicht so, als hätte er echtes Geld bei sich. Seit wir die echten Druckplatten haben, ist es echtes Geld. Hörst du die Menschenmenge? Klingt, als wäre ganz London auf der Straße. Der ist einfach, der ist einfach nur so umgefallen. Ich kann doch jetzt nichts machen, weil... Kann ich ihn nicht einfach töten? Nein, ich kann es versuchen. Ja, ich habe zu viele Leute. Jetzt will ich natürlich zu viele Leute im Weg. Der ist tot. Der kleine Verfolger ist müde. Jetzt habe ich den dafür getwickelt, dass er nicht jetzt... Dass ich ihn jetzt nicht... Oh, Alter, ist er zum Kotzen gerade. Als ob du spielst ja schön auf Zeit, mein Freund. Ich bin ja nicht. Ah, meine Güte. Okay, da lasse ich die Jungs mal in Ruhe. Bis vor der mir irgendwas da probiert. Dann lasse ich den jetzt einfach in Ruhe, weil sonst bleibt er hier ewig und drei Tage sitzen und macht gar nichts. Okay, da lasse ich die Jungs mal in Ruhe. Okay, da lasse ich die Jungs mal in Ruhe. Ich hoffe, sie ist nicht in any real trouble. Und dich kümmere ich mich persönlich. Someone stop after the flight. Mach dich bereit, denn ich komm jetzt drüber. Die gehen die mir doch die Kinder. Hm. Hm. Das wäre ganz Lungen auf der Straße. Das hat nichts mit uns zu tun. Ich fasse erst nicht, dass Jacob die gesamte Wirtschaft in der Ruhe ihn treiben konnte. Vater hat gerecht. Er handelt vorschnell. Ja, bleibt doch davor noch. Ach, gehen wir da laufen. Nüsse, alter. Ausschi bleibt da davor. Naja. Naja. Aber sowas. Also, die kommen jetzt wieder her, oder wat? Ach, hälshaft jetzt. So, stehen die jetzt da rum, oder wat? Die fahren einfach mal kurz die scheiß Laternen um, oder wat? So, ich verfuck dir jetzt mal bei der, oder versuche mal ein bisschen dran zu bleiben. Der wird wahrscheinlich, jetzt versuchen die Kutsche davor zu beholen. Wurde ich schon mal runtergegangen, jetzt. Das ist schon mal das A und O. So, darf ich jetzt ein bisschen aufräumen, hier, oder wat? Gut, dann machen wir das doch. Fangen wir erst noch mit den zwei Hansels hier an. Den brauchen wir nämlich nicht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir die schon mal weg haben. Das heißt, ganz, ganz wichtig. Ist es wichtig, ja. Ja, ein paar Feinde haben wir auf jeden Fall. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, liebe Leute, bei Assassin's Queen. Und dann machen wir hier weiter mit der Mission. Wir sehen uns dann wieder auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. MDR 2021 Untertitelung des ZDF, 2020